Du hast gesagt, ja, wenn du so respektlos kriegst, kann sein, dass ich dir 2-3 Bank... Das ist ja auch respektlose Aussage, Bruder. Aber warum? Wenn ich respektlos zu jemandem bin, dann musst du damit rechnen Bankpfeifen zu kriegen. Ja, tamam da, Bruder, aber du verstehst doch auch mal ein bisschen Spaß, Janne. Du kennst doch auch ein bisschen meinen Humor, Bruder. Wie ist das denn Spaß? Hast du dich jetzt angegriffen gefühlt? Willst du mich verarschen? Nein, ich frag dich, Bruder, wenn das so ist, dann tut mir das leid. Was ist das für eine Aussage? Ich lasse schon auf Pinzette sitzen. Voll Spaß. Bruder, wie viele Leute machen was Spaß mit mir, Bruder, oder mit dir? Du machst auch mit den Leuten, wie reden die mit dir, Bruder? Das respektierst du, Janne. Keiner, keiner reden. Ich seh doch im Stream, Bruder. Gibt's nicht, nein. Bruder, guck mal, ich mach Spaß, wenn du sagst, guck mal, wenn das für dich, wenn das für dich zu viel, also wenn das für dich ein Angriff ist oder sonst irgendwas, dann wusste ich, dann, ich wusste ja nicht, dass du da irgendwie auch nicht, dass du vor Sachen, gewisse Sachen falsch verstehst, Bruder. Ich bin, ich bin für jeden Spaß zu haben, aber für so respektlose Sachen bin ich nicht zu haben. Ich mach sowas nicht und ich werd sowas niemals machen. Mich interessiert nicht, ob ich tausend Zuschauer habe oder Zuschauer habe. Verstehst du? Ich hab meine Prinzipien und das geht einfach nicht. Verstehst du? Weil den Respekt, den ich hier gebe, den will ich zurück. Ich sag dir auch nicht, lass dich auf diese Dose sitzen. Sag ich dir sowas? Nein. Das heißt, du respektierst mich nicht als Person, in denen du so einen Spaß machst. Ich hab deinen Namen noch nie erwähnt. Nur, wo du in meinen Kommentaren reinkommst, hab ich gesagt, der Barrich ist hier. Das war's, weil du reingeschrieben hast. Ja, aber ihr habt mich, ihr habt, das hab ich gemacht und dann habt ihr dich über mich lustig gemacht. Das, das hat mich sehr, sehr enttäuscht auch. Ich hab keinen Grund, mich über den Schub. Aber die Leute, die oben drum bei dir sind, die machen das, weißt du? Und du gehst da auch mit rein in diese Schiene. Hab ich damit zu tun? Ja, ich sag ja nur, Bruder, was ich höre und was ich sehe. Ich hab Fußballerfreunde um mich herum. Bin ich Fußballer? Nein, das sag ich nicht, Bruder. Ich seh, das ist ja ein anderes Beispiel. Ich sag das, was passiert ist. Okay. Aber du denkst immer, wie? Ich würd'm Strauzen gerne mit dir treffen, Barrich. Wann? 17.06. Okay, können wir machen. Ist das, ich muss mich nur ein bisschen, ist das ein normaler Treffen? Oder ist das schon nur was? Du kriegst mir die Backpfeifen. Hä? Wenn du frech zu mir bist, kriegst du Backpfeifen. Guck mal, ey, 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 rede mal erstmal ordentlich mit mir, ja? Wie redest du, Digga? Wie bitte? Rede doch mal ordentlich mit mir, oder was für frech, wie bist du Backpfeifen? Bin ich ein Kind, oder was? Ich sag ja, wenn du frech zu mir bist, kriegst du Backpfeifen. Ja, wenn du frech zu mir bist, kriegst du eine Bombe. Was hättest du davon? Ja, ja, kann ja sein. Wenn du korrekt zu mir, mit respektvoll mit mir bist, dann bin ich auch respektvoll zu dir. Das ist ein Gegenwohnen neben mein Freund. Bin ich vollkommen bei dir. Aber du bist respektlos mit mir aufgetreten. Ja, und ich hab dich jetzt angefragt, Bruder. Ich hab dich jetzt angefragt, damit wir das auf eine gute Art und Weise klären können. Wir sind ja auch Muslime, Alhamdulillah. Aber wenn du diesen Streit willst, wenn du wirklich diesen Streit willst und diese körperliche Auseinandersetzung willst, dann kannst du mir das gerne sagen, dann ist mir scheißegal, dann. Ich glaube, es ist keiner geboren, der Streit haben will. Ja, aber es gibt Leute, die Streit haben will. Guck, die schreiben auch hier, die erinnert es, ich weiß, Bruder, was soll ich da machen? Wie bitte? Es geht darum, wenn du mit mir treffen willst am nächsten Monat, können wir das gerne machen. Aber ich weiß nicht, was dann kommen wird. Wenn du Streit suchst, dann können wir Streit haben, kein Problem. Lass mich mal kurz ausreden, okay? Ja, sag, erzähl. Aber ich hab noch nie ein Problem mit dir gehabt und ich kenn dich nicht, aber du bist respektlos mir gegenüber aufgetreten. Normalerweise, sag ich dir offen und ehrlich, für die Worte, die du mir gesagt hast, müsstest du ein, zwei Backpfeifen kriegen. Sag ich dir offen und ehrlich. Nicht, weil ich denke, ich bin größer als du oder sonstiges, aber die Art und Weise, wie du mit mir geredet hast, war respektlos. Und das macht man nicht, weil ich hab dir den Grund dafür nicht gelegt. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt frech zu dir bin und du bist respektlos zu mir, dann bin ich selber schuld. Verstehst du, was ich meine? Aber am Ende des Tages, guck mal, du hast deine Fehler eingesehen, du bist hier reingekommen wie ein Mann, du hast gesagt, ey, so und so und so und so und so und so. Wenn du sagst, die Sache ist für dich gegessen und das wird nicht mehr vorkommen, dann können wir uns gerne auf einen Tee treffen. Ich hab kein Problem damit, aber ich hab dann auch nichts mehr mit dir zu bereden. Verstehst du? Wenn du sagst, du siehst deine Fehler ein, teile an, Bruder, Dankeschön. Dann lassen wir das Thema einfach. Ja, aber guck mal, die Sache ist ja für mich dann gegessen, kein Problem. Aber wenn du dieses unbedingt dieses Treffen willst, dann kein Problem. Ja, aber wenn du hier drin bist jetzt und mir sagst... Ich hab gesagt, okay, du hast recht, Bruder, für diese Sachen, was ich dir gesagt habe, das war nicht so gemeint. Weißt du, was ich meine? Also, das hast du irgendwie auch... Ich hab gewisse Sachen falsch aufgenommen, weil ich bin sehr temperamentvoller Mensch. Verstehst du? Das heißt, gewisse Sachen, die man redet, denke ich... Warte, lass mal aussprechen, lass mal aussprechen, Bruder. Die Leute, die über mich reden, ich denke direkt falsch. Verstehst du? Und deswegen hab ich dich angegriffen. Respektlos angegriffen. So. Aber guck mal, ich sag dir mal eine Sache, Bruder. Aber wenn du so mit mir ankommst, mag pfeifen, mag pfeifen, ne? Also ganz ehrlich, ich hab keine Angst vor dir. Wir können gerne am 17.06. treffen und kein Problem. Ich hab keinen, ich hab vor niemanden Angst. Ich hab vor Allah hab ich Angst und niemanden hab ich Angst. Ich danke dir. Guck mal, ich bin vollkommen bei dir. Das Thema ist für mich gegessen. Wir müssen uns nicht treffen. Alles gut, Baris. Wir können uns treffen, wir können uns treffen, bis zum Fame aufbauen. Wie willst du? Kannst du mitnehmen, alles gut. Möchte ich nicht, alles gut. Ich hab kein Interesse daran. Fame, fame, fame. Ich hab kein Fame. Ich will famen, Bruder. Ja, ich hab keinen. Nein, Spaß. Ich mach Spaß. Ich mach Spaß, Bruder. Hast du einen Witz erzählt? Nein, guck mal, Baris. Alles schön und gut. Bruder, guck mal, aber es gibt Leute, wie, guck mal, ein Beispiel. Leute, die von, äh, was erreichen wollen, oder TikTok, keine Ahnung was, Bruder. Die sollen nicht, äh, die sollen einfach gönnen, Bruder. Weißt du, es gibt Leute, die nicht gönnen. Du bist ja auch nicht von klein aus, dich kannte man ja nicht. Du bist ja durch die Leute auch groß geworden. Beispiel. Weißt du, was ich mein? Ähm, Bruder, ich sag dir eine Sache. Wie bitte? Durch wen bin ich denn groß geworden? Ja, Bruder, du bist ja nicht vom goldenen Löffel geworden. Du bist ja nicht jetzt von alleine TikTok-Ding geworden, dass die Leute dich kannten. Du warst YouTuber, du bist YouTuber gewesen, eine Zeit lang, das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, nein. Doch, mit diesen Mäus-Sachen. Ja. Ja, dich kannte man ja schon da, meine ich ja. Ja.